Einen wunderschönen guten Tag, willkommen auf dem Trader Live Kanal, vielen Dank, dass du heute wieder eingeschaltet hast. In diesem Video wirst du meine besten Trading Ergebnisse sehen, die ich an einem Tag erwirtschaftet habe. Das Ganze soll einfach mal wirklich mal eine Motivation sein, was man alles sogar wirklich erreichen kann durch Trading und dass es natürlich auch glückliche Tage mal gibt. Ich drehe einfach mal dieses Video und zeige dann danach auch nochmal die Excel-Liste, damit man auch mal die Trades sehen kann und eben auch die Lot-Sizes. Ich habe die Handelshistory jetzt hier auch angezeigt. Gebt auf jeden Fall dem Video einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Folgendermaßen, wir starten auch direkt beim Anfang. Und zwar habe ich den USD-CAT getradet. Also wir sind hier gerade im USD-CAT-Chart. Und wir können hier sehen, dass ich eben diese Bewegung von hier bis hier mitgenommen habe. Ich habe hier gekauft, weil ich eben hier gesehen habe, per Price-Action, dass der Preis nicht weiter fallen möchte. Und wir können bei diesen Trades auch sehen, dass der Stop-Loss enorm eng ist. Beziehungsweise ich habe eigentlich überhaupt kein Stop-Loss benutzt, weil ich eigentlich immer eigenständig rausgehe in der Regel. Aber ich halte mein Risiko enorm klein und mein Chancen-Risiko-Verhältnis ist in der Regel immer größer. Also meine Chance. Und deswegen habe ich hier diesen Trade auch gesetzt, weil ich eben gesehen habe, okay, der Markt möchte gar nicht mehr weiterfallen. Und eventuell kommt jetzt die Gegenbewegung rein. Ich habe tatsächlich auch mit einer enorm hohen Gegenbewegung gerechnet, so wie die hier. Aber als ich eben diese Kerzen hier gesehen hatte und der Markt sehr schnell wieder nach unten gerutscht ist, dachte ich, okay, es könnte auch ein Breakout sein, der einfach gefakt ist. Ja, und deswegen bin ich auch hier rausgegangen. Da habe ich mich entschlossen, dann einfach den Trade zu beenden. Und wir können allerdings sehen, dass ich insgesamt hier mit 80 Lot reingegangen bin. Also zweimal 40 Lot, weil bei Defounded Trader ist das Ganze ein bisschen gecappt. Da könnt ihr nicht einfach eine 80 Lot Position eröffnen, sondern ihr müsst zweimal 40 Lot eben eröffnen. Deswegen hier die beiden Gewinne hier nochmal angezeigt. 2.000 und 2.000 Euro nochmal. Und natürlich bezahlen wir hier immer die Commission drauf. Also bei 40 Lot bezahlen wir 200 Commission, was natürlich sehr, sehr viel ist. Aber das Ganze rechnet sich natürlich, weil die Positionsgrößen natürlich dementsprechend größer sind. Da muss man natürlich mehr Gebühren bezahlen, kann allerdings natürlich mehr Gewinne erwirtschaften. Das Ganze wäre natürlich ein bomben Trade gewesen. Hätte ich das Ganze bis hier oben mitgenommen. Aber im Nachhinein kann das jeder sagen. Und das Lustige ist auch in diesem Video, dass wirklich jeder Trade im Nachhinein sehr, sehr gut funktioniert hätte. Also ich habe das deutlich leider immer früher geclosed. Aber man muss ja auch sein Risiko mal absichern. Ja, also wenn man sein Chancen-Risiko-Verhältnis drin hat, dann kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Und dann dementsprechend das Risiko auch absichern. Ja, natürlich kann ich jetzt hier im Nachhinein immer sagen, ja, hätte ich laufen lassen, hätte ich laufen lassen. Aber wie gesagt, hätte, hätte Fahrradkette so am Ende. Genau, also das sind erstmal diese Trades im USDCAT. Ein kleiner Trade von hier bis hier einfach. Und man kann natürlich auch mit kleineren Trades profitieren. Ja, also ich schneide mir wirklich nur eine kleine Bewegung aus dem Markt und kann davon profitieren. So, dann gehen wir weiter zum Euro-US-Dollar. Den habe ich heute auch getradet. Das Ganze um 9.13 Uhr. Hier ist die Zeit allerdings immer eine Stunde nach hinten verschoben wegen dem Server. Aber das war tatsächlich immer um 9.13 Uhr, also immer eine Stunde früher. Muss man immer rechnen. Und da geben wir einfach mal hier im Euro-US-Dollar. Ja, hier können wir sehen, dass wir um 5.30 Uhr, also recht in der Früh, bis so circa 9 Uhr, ja, Serverzeit jetzt hier in dem Fall, ging der Markt eben nach oben. Und da habe ich gehofft, dass der Markt mal wieder diesen Bounce nach unten macht, weil der Markt ist da derzeit wirklich sehr viel gestiegen, ja, in einer kurzen Zeit. Ja, deswegen habe ich gewartet, bis der Trend sich nicht mehr so durchsetzt. Und das Ganze konnte ich wirklich hier sehen, in diesen Bereichen, ja, der Markt hat kein höheres Hoch mehr gemacht, ja. Also ich kann das Ganze mal so anzeigen lassen, hier. Hier gab es kein höheres Hoch, sondern der Markt ist hier nochmal runtergerutscht, hier. Und deswegen habe ich gemerkt, okay, der Markt, der möchte nicht mehr hier steigen, ja. Also das hat gefehlt. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, eine Position zu eröffnen auf einen Short, ja. Und ich bin hier tatsächlich mit 120 Lot eingestiegen, also 3x40 Lot hier an dieser oberen Kante. Und man kann ja wirklich sehen, hätte ich meinen Stop-Loss hier oben gesetzt, beispielsweise, ja, wäre das Risiko enorm klein. Und man kann immer sehen, dass ich ein enorm kleines Risiko fahre und meine Chance eigentlich relativ immer groß ist, ja. Also im Prinzip ging der Trade auch immer direkt in die perfekte Richtung. Und das ist heute wirklich ein enorm großer Glückstag, auch eben auch für mich, weil jeder Trade funktioniert hat und der ist direkt in meine Richtung gelaufen. Und genau diese Trades möchten wir haben und nutzen wir natürlich dementsprechend aus. Dann sind wir hier tatsächlich mal mit 120 Lot reingegangen, Stop-Loss. Also ich wäre direkt rausgegangen, wäre das hier wieder rüber geschossen, mehr oder weniger, ja. Und dann habe ich eben das Ganze mitgenommen. Hier können wir nochmal die Profite sehen. Das waren einmal hier 2700, 3200 Euro und 2600 Euro. Enorm guter Trade, war eigentlich auch dementsprechend zufrieden. Und eigentlich, wenn ihr euer Tagesziel schon erreicht habt, ja, dann könnt ihr auch mal pausieren. Theoretisch, ich wollte fast schon nochmal weitermachen, fast schon Overtrading betreiben. Weil man kann eben sehen, dass der gesamte Profit heute eben bei 30.000 eben liegt, was enorm viel Geld ist. Und ich dachte mir, jetzt höre ich mal auf. Heute habe ich nur Plus-Trades gemacht. Dann muss man auch mal an der Reißleine ziehen und mal aufhören. Genau, also das war der Euro-US-Dollar. Ja, dann gehen wir mal weiter zu den AUD-US-D. Ja, einen Moment. Ich muss das Ganze nochmal ganz kurz hier suchen. Den haben wir dann eben auch nochmal getradet. AUD-US-D ist jetzt hier irgendwie nicht in meiner Leiste. Okay, aber wir können uns das, glaube ich, separat anzeigen lassen. So, genau. Also hier können wir das Ganze sehen. Ich stelle nur mal ganz kurz mein Template wieder an. Und dann noch die Handels-History. Genau. So, da gehen wir hier nochmal weiter. AUD-US-D habe ich eben auch getradet. Habe ich zwei Trades gemacht. Und zwar habe ich gekauft. Und zwar hier. Und bin hier direkt wieder ausgestiegen. Warum habe ich hier gekauft? Weil ich habe gesehen, dass der Markt enorm schnell gefallen ist. In einer sehr, sehr kurzen Zeit. Und wenn ein Markt in einer sehr, sehr kurzen Zeit fällt, da kommt in der Regel auch mal wieder so ein Rebound. Und den kaufe ich sehr, sehr oft gerne. Sehr antizyklisch. Das ganze Trading-System mache ich nicht so gerne. Ja, mache ich nicht so gerne tatsächlich. Aber manchmal lohnt sich eben das Ganze dann eben zu kaufen. Und in dem Fall habe ich das in einer Minuten Basis gemacht. Also hier können wir auch nochmal hier sehen. Moment. Genau, der Markt ist hier enorm gefallen. Und dann habe ich einfach diesen Rebounds gekauft und dann auch wieder verkauft. Das war eigentlich in der Regel fast schon ein Scalp. Ja, das war wirklich ein Scalp gewesen. Da bin ich mit 80 Lot reingegangen. Und habe eben hier zwar nicht allzu viel erwirtschaftet. Ja, also 1200 und einmal 1600. Mit 80 Lot insgesamt. Zweimal 40 Lot habe ich hier getradet. Und das Ganze kann eben auch mal funktionieren. Also das war wirklich so ein kleinerer Trade, was natürlich mal funktionieren kann. Da bin ich natürlich antizyklisch gegangen. Hier wäre das eigentlich ein typischer Downtrend im Ein-Minuten-Chart, was man hier hätte sogar sehen können. Ich habe das Ganze nicht so wirklich gesehen, weil der Markt da viel zu schnell runtergerauscht ist. Ich habe das Ganze im 15-Minuten-Chart da beobachtet. Aber ich wollte dann eben eine kleine Gegenbewegung mitnehmen. Und das hat dementsprechend funktioniert. Und man kann hier wirklich auch nochmal sehen hier, dass der Trade direkt in meine Richtung auch wieder gegangen ist. Also wirklich bei jedem Trade heute ging das irgendwie auf. Enorm glücklich. Wie gesagt, hat man nicht oft. So und jetzt gehen wir wirklich zu den letzteren Trades und zwar zum Gold-Chart. Und Gold habe ich enorm lang beobachtet, die Tage. Das können wir auch hier nochmal sehen im 15-Minuten-Chart. Ich habe teilweise Gold auch schon mal getradet gehabt. Hier hatte ich mal einen Verlust-Trade gehabt, das war gestern. Und ich habe eben gesehen, dass eben Gold nicht mehr weiter ansteigen möchte. Und ich habe ewig auf diesen Down-Move gewartet. Deswegen war ich immer die ganze Zeit short eingestellt. Und auch die vorderen Tage, vorherigen Tage, war ich immer short eingestellt. Aber irgendwie kam kein Move mehr. Und diesen Move haben wir jetzt auf jeden Fall gesehen. Den habe ich leider verpasst. Was ich aber gesehen habe, wenn wir einen sehr, sehr starken Move nach unten bekommen, dann geht es auch in der Regel auch mal weiter. Da kommt kein Rebounce oder irgendwie sonstiges nochmal hier nach oben. Wie gesagt, ich spreche nur aus meiner Erfahrung. Aber wenn ein Trend enorm stark ist, dann geht es auch meistens weiter in diese Richtung. Und deswegen dachte ich, jetzt musst du irgendwie auf diesen Zug mit aufspringen. Und deswegen habe ich eine Möglichkeit gesucht, short zu traden. Und das Ganze habe ich hier gemacht. Und ich war mir enorm sicher, dass es weiter nach unten geht. Also ich war mir so sicher, das hat man manchmal so im Trading-Gefühl, dass es weiter nach unten geht. Und deswegen bin ich hier mit unglaublicher Lot-Zahl reingegangen. Und zwar mit 75 Lot. Also 75 in Gold ist natürlich enorm viel. Also es ist enorm viel, da muss man enorm aufpassen. Aber ich wäre, wie gesagt, enorm schnell wieder rausgegangen. Wäre der Trade nicht in meine Richtung gelaufen. Und in dem Fall ging er wieder sofort in meine Richtung. Also das war wieder ein Bomben-Trade. Ich habe hier geclosed. Mein Ziel war eigentlich sogar theoretisch wirklich hier unten bei 1.681 sogar tatsächlich, wo wir jetzt sogar fast schon sind. Das wäre enorm viel Geld gewesen. Aber weil ich einen Termin hatte, habe ich den Trade schon früher geschlossen tatsächlich. Aber ich wollte ihn eigentlich wirklich durchlaufen lassen. Aber ich bin trotzdem zufrieden mit der Leistung heute. Wie gesagt, es sind die letzten drei Trades. Das ist 5.000, 4.500 und nochmal 5.300. Entspricht dann 30.604 Euro Gewinn. Allerdings haben wir natürlich hier noch die Commission, die wir hier davon abziehen müssen. Also diese 1.775. Und dann kommen wir auf einen Tagesgewinn von 28.829. Was enorm viel Geld ist. Das Ganze ist Dollar. Also das Ganze ist ein Dollar. Und dann wechseln wir auch mal in die Excel-Liste auch nochmal ganz kurz rüber, damit ihr alles hier sehen könnt, weil hier könnt ihr das Ganze nicht sehen. So, gehen wir nochmal hier rüber. Und hier könnt ihr auch wirklich die Trades sehen. Hier bei der Zeit, wie gesagt, muss man eine Stunde zurückrechnen. Also um 8.09 Uhr habe ich die Trades eröffnet. Und so weiter. Und da kann man auch immer sehen, gekauft, welche Symbole habe ich gehandelt, Auftragsnummer und so weiter. Die Commission ist enorm hoch bei 40 Lot. Kann man hier auch erkennen. Bei Gold bezahlt man keine Commission, weil man eben den Spread einfach hier hat. Genau. Hier einfach nochmal das Ganze nochmal ganz kurz aufgelistet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt dem Video, wie gesagt, ein Like und ein Abo. Ich würde mich auf jeden Fall supporten. Und dann sieht man sich im nächsten Video. Bis dann und viel Erfolg beim Traden. Bis dann und viel Erfolg beim Traden.